Dreh-Tour-Fahrt und der Gute-Gin für das Morgen Essen. Dreh-Tour. Hei, warte, ich will da gegessen. Du, vielleicht sehen wir noch die Böcke, habe ich auch gelesen im Erlebnisbügel. Steinböcke. Ich lasse ein bisschen Bommel aufs Blatt sehen. Ich kann nicht los suchen. Ich kann nicht mehr um 10 mal kassen. Ja, jetzt haben wir Rundmeli. Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kuh. Walthis, gönnt ihr wieder rein, ist auf eine Gämmi? Oh, nee, Gämmi! Walthis, gönnt ihr wieder rein, ist auf eine Gämmi? Gämmi, super!